Musik 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 Jawoll Das denn? HP ab Neb ich Und dann gehen wir ganz kurz hier Pflup Pflup Und Dann kommen wir in die nächste Stage Ah Da war noch ein Haufen Hätte noch was drin sein können Egal Wollen wir mal schauen was wir jetzt kriegen Hätte gerne ein Damage ab Das wäre jetzt mega nice Einfach ein Damage ab oder einen der mitschießt Irgendwas was uns ein bisschen hilft Das war knapp Ja Okay Das ist eine strange Power Also einfach nur wegrennen die ganze Zeit Einfach nur wegrennen und hoffen dass die Tränen treffen Das ist doof hier mit dem ganzen Herzen Da muss schon immer nachher reinlassen Sohn hat das will ich haben Wegrennen und hoffen dass die Tränen treffen Wegrennen hoffen dass die Tränen treffen Wegrennen und hoffen dass die Tränen treffen Wegrennen und hoffen dass die Tränen treffen Ja 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 Aua Aua man wie ist Aua Agro Claus ist wieder in the heart In the hood oh mein gott wegrennen hoffen dass sie drehen treffen wegrennen hoffen dass sie drehen treffen wegrennen hoffen dass sie drehen dürfen sie sind so schnell rüber gekommen schützt uns zum glück ein bisschen vor schaden ich weiß nicht was da jedes mal aufgeschossen wird wenn wir das bekommen aber ich werde nein nein das war jetzt nicht geplant egal so machst du tot ich will den orbital schon ein bisschen sinnlos ich hatte fluffy unicorn dingens irgendwas das ist ein kürz of the darkness 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 stirb doch bitte da hinten in deiner ecke du machst viele menschen sehr unglücklich leck mich also noch fett als ich eh schon bin so super haben wir geschafft was haben wir hier echt jetzt spektral body kam mit kleiner freund come with me little spektral body na gut was aber uuuh uuuh gut ist die fliege uns auch ah ne wir haben die fliege ja gar nicht mehr wir haben die fliege ja gar nicht mehr so spektral body zeig uns was du kannst oder nicht kannst ein gründ vielleicht haben wir diesmal mehr glück als beim letzten mal sieht aber nicht so aus hier kommen wir nicht durch ok dann gehen wir mal hier rein uuuh aua da ist der boss raum den holen wir uns mal noch nicht ich würde gerne noch einen schlüssel finden ein typ ok das war es dann anscheinend auch schon hier kann man nicht rein na gut dann halt ich bin ein schlechter spieler da ok nähm ich nehm ich ok das wird definitiv uns ein herz kosten ok das andere gekillt ich weiß nicht warum aber ich bin glücklich darüber so dann gehen wir mal hier oben durch und holen uns ein herz und schlüsse das habe ich gar nicht gewollt aber ich habe außerdem gerade bin zu schnell gelaufen darum der sparschein gibt glaube ich doppelt so kann ich sein doch kann schon aber ich wollte nicht dass es so ist die schwarzen fliegen bleiben nur stehen keine ahnung was mit denen ist wir sind missverstandene wesen und ich ich weiß dass ich schießen zurück deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig aber ich bin nachher noch mal vorsichtig nicht mein tag heute go go jawohl bitch das war knapp das war knapp ich weiß nicht ob ich jetzt hier schon freilassen kann und ob die mir dann immer folgen oder ob die ich weiß nicht kümmern nicht drum spinnen spinnen sind geil besser als die anderen ok ich hätte eine menge geschneiden mit dem video haben glaube ich da bin ich mir jetzt schon sicher aber die qualität wird nicht besser sein als die die ich davor gemacht habe von daher lohnt sich das so das witzige ich wusste nicht mal dass ich die qualität schlecht dass die qualität schlecht ist von dem was ich da also schlecht nicht aber dass sie seltsam ist von dem was ich da mache weil ich das spiel war nie gespielt habe ich wusste nicht dass das spiel wirklich schneller als dass ich da spiele und deswegen dachte ich dass es muss so sein alles klar wenn so ein schwarzes herz getroffen wird dann geht alles wenn ich das dann kommt ich bin ist also jetzt der letzte noch sehr schön aber auch fliegen rausbekommen das gefällt mir sehr gut wir müssen nach hier erstmal den kleinen mini dinge ausschalten alles geht auch ok wie easy eigentlich boah alter ich hab mega auf die presse gekriegt wenn ich das nicht gemacht hätte jetzt so und hier nochmal schade schade und könnte noch einer sein jawohl schade schade und schade 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 alles tut gut, alles tut gut, alles tut gut ich muss leider auf die Massen achten von ihm sonst geht das hier nach hinten los ok also eine leichte biegung hp ab sehr schön auf und nächster level läuft wieder gut oder auch Zeit ich guck grad mal das mal hier hinten ja super hihihi ich bin Profi so jetzt hab ich mich Licht an gemacht dann sieht man noch ein bisschen mehr weil es grad ein bisschen dunkler wird ja klasse 4 Spinnen sind grad an einer Fliege kaputt gegangen ach komm schon so wir haben jetzt höhere Chance Bomben zu finden warum finden wir so viele Schlüssel verstehe ich nicht ganz so uuuuuhh der ist unschön ok ok alter nichts ok mach das tot los mach das tot mach das tot mach das tot ne geht auch ok ich geh da kein Stück weiter rein pfff genau ein Blatt gemacht das ist echt schwer mit dem ok der ist tot ok ok nice ok 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 im also ok 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 komm schon wird mich die scheiß viecher und ich sehe ich natürlich explodieren wir alle vier spinnen einer fliege egal das ist ein blauer stein der müssen wir springen wenn man was finden soll zu springen für die herum ist einfach gut hier war ich noch nicht drin aber wir haben genug schlüsse ok homing schutz weiß nicht was das bringen soll vielleicht treffen sie jetzt wieder mal die homing könnte ich jetzt übersetzen ich bin mir nicht sicher die brauchen unbedingt eine bombe ja komm klar alter diese spinne ja das ist wirklich agli bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal